Und herzlich willkommen zurück, euer Rubrikas aus Wimstadt zum Rubblingssonntag. Ja, es kommen keine Lakimandes und das wird auch so ungefähr bis Mitte Mai los, so ungefähr sein. Ab Mitte Mai werden dann die Lakimandes wieder kommen, dann wird der Rubblingssonntag wieder aussetzen. Also nur, dass ihr wisst, wie halt jetzt aktuell der Plan ist. Und dann, in Juni, kommt dann der 1000 Abo-Livestream. Also bis dahin sollte es sich wohl schaffen, oder? Also, kann ja nicht sein, dass ihr 20 Abonnenten nicht schafft. In einer Woche. Leute, 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 was ist da los? Heute ist noch keine neue Rubblmünze da und auch das nächste Rubblingssonntag-Video nicht, weil das werde ich jetzt mal schon vorproduzieren. Der nächste Sonntag schaut gleich aus, wie der letzte Sonntag schon. Ein super 25 fette Jahre los und ein mega Cash los. Wir werden quasi die großen Fünfer wegrubbeln und davon habe ich halt jeweils zwei Stück. Das ist auch nächsten Sonntag so, den übernächsten Sonntag vielleicht auch. Weiß ich noch nicht. Möglich. Aber egal. Die zwei werden wir jetzt wegrubbeln. Und ja, was gibt es denn sonst sozusagen? Also zwischendrin werden ein paar Pokémon-Videos kommen. Es sind ein paar alte Aufnahmen da, also zwei alte kommen noch und eine neuere. Und mal gucken, wie die werden. Könnt ihr gerne gucken, weil grundsätzlich suchen wir dort auch einen Bull. Und die Gewinne könnten gleich groß sein wie hier, weil den Hauptgewinn haben wir bis jetzt hier noch nicht rausgerubbeln. Eine 50-Euro-Karte könnte man theoretisch ja auch rauspullen. Also, ja, vielleicht auch eine 300-Euro-Karte. Kommt drauf an, welches Set wir öffnen. Hidden Fates, Leute? Ein Clurac? Ein Shiny? Why not? Why not? Wir sind natürlich wieder in so einer komischen Diss-Stecke, aber egal. In unserer 5D-Mark-Münze, wie gesagt, also Finger ist kaputt. Also nicht fragen, wieso da ein Pflaster drauf ist. Das wollt ihr nicht sehen, was drunter ausschaut. Nicht schön, also lieber blaues Pflaster. Ja, lasst uns das Gute rubbeln am Sonntag beginnen. Also Informationen haben wir hier alle rausgebullt. Wie gesagt, statt Lucky Mandi kommen halt ein paar Pokémon-Videos. Wie gesagt, suchen wir auch Hits. Das ist jetzt nicht wirklich was anderes. Nur halt ein bisschen für Kinder mehr geeignet. Auf der anderen Seite sind Pokémon-Karten auch mega teuer. Das ist eigentlich weder nicht für Kinder geeignet. Und die meisten, die Pokémon sammeln, sind eh über 20. Also, lassen wir das mal so stehen. Let's go! Spiel Nummer 1. Wir suchen dreimal den gleichen Betrag. Wir haben schon lange kein Glück mehr gehabt. Also, vielleicht finden wir ja hier nichts. Es schaut ja schon so komisch aus. Vielleicht finden wir auch 150.000. Wer es glaubt, ey. Ich sag mal, es wird eine Niete. Ich sag, das wird eine Niete, Leute. Es wird eine Niete. Bis jetzt habe ich noch recht, Leute. Bis jetzt habe ich noch recht. Ob das Los mir was anders beweisen kann? Wer weiß. Aber ich sag, das wird eine Niete. 100 Euro. 25, 100, die 5, die 10. Die 150.000, die 10, die 25 und die 150.000. Bis jetzt bin ich ja ziemlich gut beim Raten, muss ich sagen. Nun denn, das Bonusspiel. Wir suchen dreimal das gleiche Symbol. Finden den Geldschein. Noch einen Geldschein. Und noch einen Geldschein. Okay, bin ich nicht gut beim Raten. Wir haben 10 Euro gewonnen. Was will man mehr? Also, wir haben diesen Rubbel Sonntag schon mal mit plus, minus, null. Egal, was rauskommt. Habe ich sonst noch was, habe ich was übersehen? Die 10, 10? Nein, nicht. Also haben wir ja regulär 10 Euro gewonnen. Nice, Leute. Habe gesagt, das ist mein Lieblingslos. Habe zwar auch gesagt, dass ich eine Niete wert. Aber habe wohl, selbst im Raten, Pech. Ja, ist doch schön, Leute. 5 Euro und 10er rausrubbeln. Das wäre immer mehr. Nun denn, die ist super, 25 fett im Jahr. Ob wir hier auch Gewinne rausrubbeln? Ich sage, es ist wieder eine Niete, weil Motzen hilft, wie es ausschaut. Das ist eine Niete, 25 Jahre. 25 Jahre. 25. 25. 500, äh, 5000 meine ich. Die 10. Das wird doch eh eine Niete. Die 50, die 5, die 50. Ich meine, ich hätte jetzt nichts dagegen, die 25 Jahre, aber das stoppt er doch eh nie. Die Sonne, das Boot, die Sonne. Vielleicht habe ich ja dieses Mal recht. Tja. Irgendwann muss er mit 50, 50 die Chance. 25 Jahre, die 50, die 5, die 15, die 25, die 25, die 15.000, die 10, die 10. Letzte Chance. Wir suchen entweder die 10 oder nichts. Und, das wären die 500, darum eine Niete. Aber wir sind plus minus null, dank dieses wunderschönen Megacaches. Ja, wie gesagt, die Megacache, die kann wirklich troppen, schön. Das heißt, wir haben seit langem keinen Verlust in einer Folge. Und wie sagt es, seit wirklich langem. Seit, äh, Valentinstag. Schon ein bisschen her. Ich glaube, war Februar. Nun denn, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren, dass wir ja bis Juni die 1000 Abonnenten voll haben. Wie gesagt, da ist der Livestream geplant mit 1000 Euro. Rubbellosen. Rubbellosen, Leute. Ja, für 1000 Euro. Ich weiß nicht, wie lange der Livestream werden wird. Ich gehe davon aus, mindestens 6 Stunden. Vielleicht 12. Ich vermute mal eher 12, weil das wären viele lose. Wenn ich für einen Stapel ungefähr eine Stunde brauche, davon habe ich 4 Stapel, ja, 6 bis 12 Stunden. Also, ihr könnt ja davon ausgehen, 6 bis 12 Stunden wird der Livestream dauern. So, wird ein Spaß, sage ich euch. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, nichts vergessen, liken, teilen, abonnieren. Tü, tü, tü. Tü, tü. Vielen Dank.